Dieser Ford Rhein-Germit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.